Willkommen zurück zu Wario Land 4. Diesmal haben wir jetzt ein Bosskampf vor unseren Augen und das ist ein gewisser Cracktus. Das ist so ein Boss, der ziemlich schwer ist. Aber ich versuche mal mein Bestes um die drei Schatzdruck zu halten. So, wie ihr seht, ist das eine Pflanze. Aber ich würde diesen Boss nicht als einfach bewerten, sondern eher schon als einer der ziemlich gefährlichen Bosskampf zu setzen. Und jetzt erleben wir jetzt eine Attacken. Aber jetzt habe ich schon einen schönen Lauf. Okay, jetzt ist es wieder etwas schief gelaufen. So. Ja, geil. Sehr schön. Nur noch die letzten drei Leben und die sind richtig schäße. Zwei. Final Countdown. Eins. First try, bitches. Tschüss. Wario. Sieht schon ein bisschen erschöpft aus. Weil dieser Kampf ist ganz schön anstrengend gewesen. Aber nur zwei Fehler. Dann geht's weiter mit der Ruby Passage. Mit der Curious Factory. Also hier erwarten euch hauptsächlich solche Fabrikwellen. Ja, warum nicht? Die Musik klingt ein bisschen melancholisch. Aber ist jetzt auch egal. So, jetzt haben wir die hohen Puzzle-Teile. Und wir werden eine weitere Fähigkeit von Wario kennenlernen. Die ist ziemlich LOL. Und zwar... Und zwar... Sie wäre jetzt... Platt-Wario. Okay. Hier gibt's ne kleine Secret. Um ein weiterer Diamanten. Muss man hier wieder die solchen Schalter aktivieren. Damit ich überhaupt da rein kann. Und dann... So... 2.920... Mit... Äh... Geld. Aber die... Verfähigkeit... Kann einen ganz schön abnerven. 10er... 11... 12... So... Dann geht's da mal hoch. Hoh... Mal wieder. Hoch. Hoh. Hoch. Hoch hinaus. Ich dachte, scheiße, 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 das war blöd. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal von vorne gehen. Ja, das ist ja schön, ich freue mich total über nichts, sehr. Ach, ich liebe diese Musik. Warum drehst du dich um Wario? Du sollst ihn da reinschmeißen. Ja, View Pro Controller, wie ich schon gesagt habe. Geil, schön verfehlt. Normalerweise gibt es immer. Ah, ich lasse mich halt mal ein bisschen blätten, damit ich mal hier rein kann. So, jetzt wieder rein und raus. Was haben wir noch, was haben wir noch? Schauen wir wieder die komischen Männchen. Hier gibt es auch ein Secret. Da bin ich mal zufällig drauf gestoßen. Ach, nööööö. Ah, du kannst mir aber ganz schön gelingen. Gelingen. Okay, das war nur ein Herz. Hehehehe. So, darunter gibt es wieder ein Diamant. Dafür aber keine Gegner. Ist doch besser so. Das ist eh schon fies genug. Ach ja, wo die Diamanten sind. Ich nehme mir mal den Schlüssel mit und spreng ihn erstmal darunter. Knapp auf jeden, aber wir schalten den Froschhalter ein. Und noch von diesem Level geflüchtet. So, jetzt haben wir erstmal schön ab. Okay, ich bräuchte jetzt mal das Geld. Okay, 8000 hätten wir schon. Die restlichen 1630. Muss ich noch irgendwie zusammenkratzen. Aber ich habe noch keinen richtigen Stress zur Zeit. So, und da rein. Und da drin befindet sich die CD. Ähm. Wenn man diese Secret nicht kennt, dann... So, ich habe das zu tun. Wie kann ich? Ich kann das noch einmal probieren. So viel Zeit habe ich ja noch. So viel Zeit habe ich ja noch. Egal. Egal. Es wäre irgendwie nur ein Diamant gewesen. Ihr könntet schon versuchen, die Rekorde, die ich aufstelle, zu brechen. Okay, das ging auch wieder mal schief. Und da sind wir. Auch schon fertig. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Okay. Dann spielen wir halt das letzte Minispiel, das uns noch fehlt. Okay, dann gehe ich nochmal zurück zur Entray. Gehen in den Minigameshop. Und spielen eine Runde Barrios Colette. Und jetzt ist ein bisschen schwieriger als das Restliche. Man muss diesen Scheiß da merken. Äh. Ich glaube, der hat einen kleinen Mund. Okay. Ein ziemliches Wario Face. So, dann dieses. Was? So. Das ist nicht so mein Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao. Vielen Dank.